Fahren wir erstmal hier in ein Hotel, ins Pentahotel, da wartet noch der Lukas auf mich für einen Podcast und dann geht es danach weiter zu den Studenten. So, wo ist der Lukas? Da ist der Lukas. Hast du hier schon alles aufgebaut? Ja. Soll ich da sitzen? Links. Okay. Ja. Bei wenigsten sind ja immer die wichtigen Leute. Ah, die wichtigen Leute sitzen hier. Na gut. Alles klar. Gut, gut. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe hier wieder eine sehr interessante Persönlichkeit, eine Unternehmerpersönlichkeit. Also die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist definitiv so und das bleibt auch so. Ja. Also es ist nur die Entscheidung für die Armen auch reich zu werden. Es ist nicht irgendwie die Idee, nicht die Idee umzuverteilen und gebt ihr uns doch was ab, weil wir sind so arm oder sowas. Sondern es muss eigentlich umgekehrt sein und so ist es normalerweise im Kapitalismus auch. Kapitalismus ist die beste Form für arme Menschen, weil sie sich eben hocharbeiten können. Jeder hat die Chance morgen da raus zu gehen, auf die Straße mit einem kleinen Körbchen irgendwas zu verkaufen oder irgendeine Dienstleistung zu erbringen, Geld zu verdienen und sich hochzuarbeiten. In einer Firma geht das genauso. Es gibt auch Putzleute, die ganz unten angefangen haben und irgendwann Chef der Putzfirma sind. Also es gibt viele tolle Beispiele. Das funktioniert aber auch nur im Kapitalismus, im Sozialismus nicht, weil da ist alles vorgeschrieben. Da muss alles vom Staat genehmigt werden. Vielen Dank. So, dann kriegst du dein Mikro wieder. Ja. Bitte. Okay. Sehr gut. Dinosaurier begrüßen einen hier an der Universität in Braunschweig. Die haben mich angefragt von ihrer Studentenvereinigung, ob ich ihnen einen Vortrag für die halte. Und ich habe auch sofort Ja gesagt, weil ich das eigentlich immer mache. Ich habe ja selber nicht studiert, aber ich rede gerne mit Studenten, weil die oftmals eben nicht wissen, was sie eigentlich wollen und wie Erfolg und Unternehmertum und so funktionieren kann etc. Und ich war schon an vielen Universitäten in München und in Salzgitter und ich weiß gar nicht wo überall und habe da eben zu dem Thema Vorträge gehalten. Und das kam in der Regel auch immer gut an, weil die eben jemanden aus der Praxis haben möchten. Und manchmal sind das große Hörsäle genau in, wo war das denn noch? Mensch, ich komme gerade nicht drauf. Auch so ein riesig großer Hörsaal war das. Oder auch mal eben so kleinere wie hier zum Beispiel. So kleinere Veranstaltungen, wenn das in meinem Reiseplan passt, dann mache ich das. Mit Julian in Braunschweig. Wie gefällt dir Braunschweig? Ja, ich war lange nicht in Braunschweig. Ich war vorhin noch mal in der Volkswagenhalle, habe noch mal nostalgische Erinnerungen gehabt, weil hier mein erster großer Auftritt war vor 15 Jahren. Und jetzt bin ich mal wieder in Braunschweig. Also das heißt, die Stadt ist nicht schön, aber die Erinnerungen sind es. Das heißt, die Stadt ist nicht schön, aber die Stadt ist nicht schön, aber die Stadt ist nicht schön. Und...